Fönix nachgefragt mit Eckhardt Lohse von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Nein, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. So ist es richtig. Guten Morgen, Herr Lohse. Guten Morgen. Herr Lohse, wenn wir hören, wo überall gespart werden muss an diesem Haushalt, wie viel Fortschritt steckt dann noch in dieser Ampelkoalition, die ja irgendwann mal mit dem Anspruch gestartet ist, Fortschrittkoalition sein zu wollen? Das kommt immer darauf an, wen Sie fragen. Die eine Seite sagt, also Lindner, der fürs Sparen ist und keine neuen Schulden will, sagt, wir haben doch schon eine ganze Menge Fortschritt beschlossen. Wir können ja viel fürs Klima ausgeben. Da ist ja auch noch Geld für vorhanden. Die andere Seite, voran die Sozialdemokraten, sagen, wir brauchen noch viel mehr Geld für den Fortschritt oder das, was jede Seite dann eben als Fortschritt definiert. Dahinter steckt halt ein Grundsatzkonflikt. Kommen wir mit dem Geld aus, das wir haben, müssen wir konsolidieren, einen stabilen Haushalt oder aber, wie wir es gerade im Beitrag ja auch gehört haben, wie es der SPD-Fraktionsvorsitzende sagt, sind wir so stark und so stabil und auch im Vergleich zu anderen Staaten bei der Verschuldung doch noch so moderat, dass wir jetzt eigentlich noch mal einen Schluck aus der Pulle nehmen müssen. Das steckt hinter dem, was wir mal Fortschrittsstreit nennen können und was natürlich der Streit über den nächsten Haushalt ist. Wenn Sie darauf gucken, was für einen Spagat der Finanzminister da jetzt vollbringen muss, also sich zu entscheiden, das eine ist wichtiger als das andere, Wirtschaft wiegt vielleicht schwer als das Soziale in Deutschland, ein Zielkonflikt, der immer wieder genannt wird. Wie schwer erachten Sie diesen Spagat? Na, man kann ja nicht sagen, dass diese Koalition bisher noch nichts für das Soziale getan hat, Kindergrundsicherung, Bürgergeld. Wenn wir uns das mal angucken, also da ist ja einiges erhöht worden, Mindestlohn. Das heißt, die, sagen wir mal, der rot-grüne Teil der Regierung muss sich ja nicht vorwerfen lassen, dass es zu wenig Sozialleistungen gegeben hat. Lindner wiederum kämpft natürlich für genau ein Ziel und das ist 5% plus x bei der nächsten Bundestagswahl und für seine Klientel braucht er natürlich eher einen stabilen Haushalt, eher ein wirtschaftsbezogenes Programm. Diese Risse oder diese Meinungsunterschiede sind vom ersten Tag der Koalition an klar gewesen, werden aber jetzt in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode oder eigentlich schon ab dem zweiten Regierungsjahr immer klarer, immer deutlicher. Der letzte Haushalt war schon sehr, sehr schwer zusammenzubekommen für die Koalition. Es ist nicht zu erwarten, dass der 25er Haushalt leichter zu bauen sein wird. Herr Lohse, gucken wir auf einen Termin heute im hohen Norden. Da wird in Heide eine neue Batteriefabrik nicht eröffnet, wird zumindest der Spatenstich erwartet heute. Bundeskanzler Scholz ist dabei, der Wirtschaftsminister Habeck ist dabei. Europas Batterierevolution titelt Ihre Zeitung oder schreibt Ihre Zeitung. Welche Bedeutung hat dieser Termin, hat diese Fabrik für Deutschland? Ja, man sollte ihn vielleicht mal parallel sehen zu einem anderen Termin. Das ist eine große Wirtschaftskonferenz in China, wo auch viele deutsche Unternehmen dabei sind und wo viele Wirtschaftsbosse, auch deutsche Wirtschaftsbosse, trotz aller Bekenntnisse, wir müssen uns unabhängiger von China machen, hingefahren sind und natürlich auf gute Geschäfte hoffen. Northvolt in Heide ist sozusagen eine kleine Gegenbewegung, wo man sagt, wir müssen in diesen Fragen, da geht es ja dann um E-Mobility, Batterienproduktion in Deutschland, wir müssen selbstständiger werden in Europa. Schwedisches Unternehmen in Deutschland scheint vielen immer noch besser zu sein, als alles nur von China zu kaufen. China produziert. Wie verrückt eigentlich schon eine Überproduktion mit einem unglaublich billigen Angebot, auch für den europäischen und den deutschen Markt. Und das ist gerade der Kampf, der da tobt. Also das, was Scholz heute eröffnet, ist so in der Kategorie wie das Intel-Werk beispielsweise in Sachsen-Anhalt. Das sind Versuche, Versäumnisse der Vergangenheit, wo man sich bei solchen Fragen, Chip-Herstellung, Batterieherstellung und so weiter, zu wenig selbstständig gemacht hat, ein bisschen zu kompensieren. Viel Arbeit also für diese Bundesregierung, den Haushalt konsolidieren, die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Im Schatten hat die Union eigentlich ein relativ ruhiges Leben gerade, wird sich wahrscheinlich nach der Europawahl ändern, wenn dann die K-Frage ansteht. Herr Lohse, wir wollen mal auf aktuelle Zahlen aus dem Trendbarometer schauen. Nach diesen Zahlen präferieren nicht Unionsanhänger Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union. 27 Prozent wollen ihn. Und unter den Unionsanhängern sind es sogar 34 Prozent. Auf den Plätzen dann Hendrik Wüst, Friedrich Merz erst auf Platz drei und Daniel Günther dahinter. Mit der Bitte um eine möglichst kurze Antwort, Herr Lohse. Wie geht das aus? Also auch wenn Markus Söder bisher keine Ambitionen offen macht, jeder, der sich an die Jahre 2021 erinnert vor der vorigen Bundestagswahl, weiß die Entscheidung, ob Söder wirklich still hält und in Bayern bleibt oder am Ende sagt, wir sollten doch den nehmen, der die besten Umfragewert hat, das wissen wir wahrscheinlich erst kurz vor der Bundestagswahl. Lassen wir uns überraschen. Phoenix Nachgefragt war das mit Eckhard Lohse von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Vielen Dank. Ich danke.